Herzlich willkommen! Wenn es um Finanzen und speziell um Kryptowährungen geht, ist es enorm wichtig, stets informiert zu sein. Wissen ist Macht. Deshalb berichten wir euch heute über riesige Krypto-Neuigkeiten und worauf man jetzt besonders als Bitcoin, Ethereum und Cardano-Halter achten sollte. Obwohl Schwankungen auf den ersten Blick oftmals willkürlich wirken, sind sie häufig von gewissen Ereignissen innerhalb, aber auch außerhalb des Kryptomarktes ausgelöst. In dieser Ausgabe von täglich Bitcoin und Krypto sprechen wir darüber, welche Meldungen die Kryptomärkte derzeit besonders beeinflussen und warum dies für dich sehr wichtig ist. Diese Woche verlosen wir unter allen Kommentaren eine kostenlose Mitgliedschaft für unsere interne Telegram-Gruppe. Der beste Kommentar der Woche gewinnt. Wir gratulieren auch dem Gewinner von letzter Woche. Bitte schreibe uns auf support at täglich Bitcoin-Krypto.com. Damit willkommen bei täglich Bitcoin und Krypto. Wir recherchieren den ganzen Tag für euch, um die wichtigsten News, Trends und Analysen zu finden und euch auf dem neuesten Stand zu halten. Wer wir sind? Karl Hudertz, vielen bekannt als Carlos, sowie Tobias Reisner und Valentin Unger. Näheres findet ihr im Link zu unserer Akademie unter diesem Video. Wenn ihr in Kryptowährungen investieren möchtet, schaut euch unbedingt das ganze Video an, um alle Hintergrundinfos zu erfahren und gebt dem Video ein Like und abonniert den Kanal. Danke an den heutigen Sponsor Atani, ohne den dieses Video nicht möglich gewesen wäre. Wenn du verschiedene Börsen benutzt und all deine Positionen unter einem Dach haben möchtest, empfehlen wir dir Atani. Mit Atani kannst du an bis zu 20 Börsen gleichzeitig handeln. Wir sind von der Vielseitigkeit dieses Tools begeistert. Den Link zu Atani findest du unter dem Video. Zwischen verblüffenden Preisrallys, Update-Hypes, aufkommenden Gerüchten sowie Crash-Vorhersagen ist es manchmal schwierig, den Überblick zu bewahren, was nun wirkliche Nachrichten sind und was lediglich Panik mache. Im heutigen Video zeigen wir euch ein paar der wichtigsten Meldungen der Kryptosphäre und sagen euch, warum jene Neuigkeiten hilfreich sind. Als erstes widmen wir uns heute der größten Kryptowährung nach Marktkapitalisierung. Bitcoin. Deribit, der weltweit größte Anbieter von Krypto-Optionen, führte kürzlich eine Umfrage durch, in der es seine 40.000 Twitter-Follower fragte, wohin sie die Entwicklung von Bitcoin prognostizieren. Optionen stellen grundsätzlich Verkaufs- und Kaufrechte dar, welche gegen eine kleine Gebühr erstanden werden können. Hierbei unterscheidet man zwischen Puts und Calls. Ein Put ist hierbei ein Verkaufsrecht zu einem im Vorhinein festgelegten Preis, auch Ausübungspreis bzw. Strike Price genannt. Calls sind hierbei das genaue Gegenteil und stellen ein Kaufrecht zu einem bestimmten Preis dar. Im Allgemeinen gibt es in diesem Zusammenhang noch eine Unterscheidung zwischen europäischen und amerikanischen Optionen. Wobei die europäischen nur zu einem bestimmten Zeitpunkt ausgelöst werden können, die amerikanischen jedoch auch schon vor Ablaufen der ausgemachten Frist. In beiden Fällen kann sich der Käufer eines solchen Optionsscheins entscheiden, ob das Geschäft profitabel ist oder er sein Verkaufs- oder Kaufrecht verfallen lässt. Das Ergebnis der eben erwähnten Umfrage sprach sich jedenfalls mehrheitlich für ein Ansteigen des Bitcoin-Kurses aus. Insgesamt 74.200 Bitcoin-Optionen liefen jedenfalls letzten Freitag aus, wobei die meisten von ihnen hierbei auf höhere Ausübungspreise als den Tageskurs lauteten und sich somit als wertlos herausgestellt haben. Jenes Verfallen von Call-Optionen könnte jedoch ein Zeichen für baldige Kaufbestrebungen gewisser Anleger sein. Bevor es weitergeht, möchten wir dich darauf hinweisen, dass es für Anleger Möglichkeiten gibt, sich gegen Verluste abzusichern. Nur weil der Markt fällt, heißt das nicht, dass auch du Geld verlieren musst. Experten wissen, wie sie in jeder Marktlage Geld verdienen und auch an tiefroten Tagen profitabel sein können. Und genau das ist, worauf es ankommt. Wenn auch du wissen möchtest, wie du trotz fallender Kurse Gewinne erzielen kannst, empfehlen wir dir die täglich Bitcoin und Krypto Akademie. Derzeit haben wir exklusiv einen Rabatt von 30 Prozent mit dem Rabattcode September30. Achtung, das Angebot ist nur bis Dienstag, den 28. September gültig. Mehr Informationen zu dieser Aktion findest du direkt unter diesem Video. In einer weiteren Meldung veröffentlichte Twitter, dass es in Zukunft die Vergabe von Trinkgeld zulassen will. Äußerst interessant ist hierbei die Ankündigung, dass auch Bitcoin und andere Kryptowährungen akzeptiert werden sollen. Das Unternehmen beruft sich in diesem Zusammenhang auf die Schwäche des Bankensektors in vielerlei Regionen der Welt sowie die große Volatilität mancher regionaler Währungen. Twitter-CEO Jack Dorsey hatte schon seit längerem angekündigt, eine Akzeptanz von Kryptowährungen durch sein Unternehmen Twitter zu genehmigen, ließ jedoch lange Zeit auf eine solche Änderung warten. Die jüngste Meldung ist jedenfalls eine äußerst positive Nachricht für Kryptoinvestoren, da zunehmende Adaption und Akzeptanz sowie ein Wachsen der Nutzerbasis stets mit Kursanstiegen verbunden sind. Als nächstes wollen wir unseren Blick auf die zweitgrößte Kryptowährung der Welt und den Star der dezentralen Finanzwirtschaft werfen. Ethereum. Von positiven Wendungen bei Bitcoin legen wir unseren Fokus nun auf institutionelle Adaption bei Ethereum. In einer Mitteilung an Anleger vom 22. September erklärten die Analysten der Wall Street Bank JP Morgan, dass Bitcoin Futures an der Chicagoer Börse im September mit einem Abschlag gegenüber den BTC-Spotpreisen gehandelt wurden. Im Normalfall werden jene Verträge aufgrund der hohen Nachfrage und indirekten Involvierung in den Kryptomarkt über den Tageskurs der jeweiligen Kryptowährung gehandelt. Infolgedessen wurden Produkte auf Basis von Ethereum immer beliebter, was viele Anleger so weit dazu bewegte, auf Ethereum-Produkte umzusteigen. Die Analysten kommentierten hierzu, dass es aktuell eine starke Divergenz in der Nachfrage gegeben habe und fügten hinzu, dass dies einen Rückschlag für Bitcoin darstellt. Im Allgemeinen ist ein deutlicher Rückgang der institutionellen Nachfrage nach standardisierten Future-Verträgen an der Chicagoer Börse zu verzeichnen, welche in der Vergangenheit ein beliebtes Mittel waren, um sich mit dem Bitcoin-Kurs auseinanderzusetzen. Zeitgleich mit dieser Abschwächung der Nachfrage von Investmentbanken nach Bitcoin Futures stieg der durchschnittliche Preisaufschlag auf Ethereum-basierte Produkte um etwa 1% über den Tagesspot-Preis. In den Augen der JP Morgan-Analysten ein Zeichen für einen gewissen Trend in Richtung von Ethereum-basierten Finanzprodukten. Eine weitere Neuigkeit in Bezug auf institutionelle Anleger ist zudem die Veröffentlichung zweier neuer auf Bitcoin und Ethereum basierter Fonds durch das kalifornische Unternehmen Cambrian Asset Management. Das Unternehmen plant durch das Produkt seinen Kunden eine Involvierung in den Kryptomarkt geben zu können mit verringerter Volatilität gegenüber einer direkten Investition. Das Hauptprodukt des Unternehmens, ein Fonds, welcher aus 50 verschiedenen digitalen Vermögenswerten besteht, konnte dieses Jahr immerhin bereits etwa 76% an Gewinnen verzeichnen. Während Kleinanleger wohl kaum direkt von diesen Nachrichten betroffen sein werden, ist eine Adaption durch solche Industriegrößen ähnlich wie die Meldung über Twitter ein gutes Zeichen für die steigende Akzeptanz von Kryptowährungen und kryptobasierter Produkte. Ob dies nur eine Reaktion auf Tageskurse oder eine fortschreitende Abnahme der Dominanz von Bitcoin ist, wird sich noch zeigen. Jedenfalls könnte sich eine vermehrte Nachfrage nach Ethereum zukünftig auch äußerst profitabel für den Konkurrenten Cardano darstellen. In Bezug auf Cardano gab es nämlich zudem auch große Neuigkeiten. Gerade erst dieses Wochenende, also vom 25. bis zum 26. September, lud Cardano zu einer Konferenz der Sonderklasse ein. Neben einer Vielzahl an Interviews, Keynotes und Ankündigungen wurden auch limitierte Event-NFTs an Teilnehmer ausgegeben, welche äußerst begehrt waren. Cardano konnte schon vor dem Summit eine der wohl treuesten und begeisterten Communities der Kryptosphäre aufweisen, welche dem Kryptoprojekt zu signifikanten Anstiegen dieses Jahr verhelfen konnte. Inwiefern sich der Cardano Summit und die dort vorgestellten Neuerungen, Partnerschaften und Innovationen weiter auf den Kurs auswirken, wird sich in den nächsten Wochen und Monaten noch zeigen. Wir halten euch diesbezüglich jedenfalls auf dem Laufenden. Während sich nationale sowie internationale Märkte noch immer von den wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie zu erholen versuchen, wächst gerade eine gewisse Gefahr im Hintergrund weiter an. Wir sprechen hierbei von der langsamen Entwertung von Fiat-Geldbeständen durch steigende Inflation. Die Schließungen während der Hauptphase der Pandemie bewegten viele Regierungen der Welt zur Aufnahme von Schulden im großen Stil, um Hilfspakete für Unternehmen und Private ausschütten zu können. Jene Schuldenaufnahme bewegte Zentralbanken in Europa sowie Amerika dazu, mehr Geld zu drucken als gewöhnlich, was zu einem erhöhten Anstieg der besagten Inflation führte. Auch in Asien, genauer gesagt in China, scheint sich die Lage zuzuspitzen. Durch das in Not geratene Immobilienunternehmen Evergrande, welches womöglich mit Schulden von über 300 Milliarden US-Dollar konfrontiert ist, könnte der Kreditmarkt Chinas vor einer substanziellen Krise stehen. Im Angesicht all dieser wirtschaftlichen Entwicklungen bieten Kryptowährungen zunehmend eine Alternative zu inflationären Fiat-Währungen. Wo klassische Währungsbestände teilweise bis zu 4 Prozent pro Jahr an Wertverlust verzeichnen, bieten Kryptowährungen eine durchschnittlich weitaus höhere Steigerung. Insbesondere unter der Berücksichtigung eines gut diversifizierten Portfolios bieten Kryptowährungen eine legitime Absicherung vor gängigen inflationären Verlusten. Nicht vergessen, in der täglich Bitcoin und Krypto Akademie zeigen wir dir Schritt für Schritt, wie du in jeder Marktlage Geld verdienen und dich vor Krisen absichern kannst. Derzeit haben wir exklusiv einen 30% Rabatt mit dem Rabattcode September30. Achtung, das Angebot ist nur bis 28. September gültig. Mehr Informationen zu dieser Aktion findest du direkt unter dem Video. Und nicht vergessen, diese Woche verlosen wir unter allen Kommentaren eine kostenlose Mitgliedschaft für unsere interne Telegram-Gruppe. Der beste Kommentar der Woche gewinnt. Wir halten fest. Nach einem ereignisreichen Sommer bewegt sich der Kryptomarkt langsam in Richtung Ende des Jahres. Als erstes berichteten wir vom Optimismus unter Anlegern der Krypto-Optionen-Börse Deribit sowie der angekündigten Krypto-Akzeptanz als Zahlungsmittel bei Tech-Riese Twitter. Weiterhin beleuchteten wir einen leicht von Investmentbank JP Morgan aufgezeichneten Trendumschwung bei Kryptobörsenprodukten, welcher einen Fokuswechsel von Bitcoin auf Ethereum-basierte Verträge aufweist. Ist wohl jener Ansturm auf Ethereum womöglich auch eine Chance für Cardano seinen Standpunkt innerhalb der weltweiten Finanzmärkte zu festigen? Wir werden sehen. Abschließend sprachen wir über die Gefahren von Inflation und dass Kryptowährungen hierzu eine Abhilfe sowie Absicherung bieten können. Wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann schreibt uns gerne einen Kommentar.